Was geht Leute? Willkommen bei einem neuen Video. Heute zocken wir als einer der Ersten, denke ich mal. Es kann sein, dass wir die Ersten sind in Deutschland, die Lieblingscompany in VR spielen. Ich habe eigentlich sowieso keinen Bock auf dieses Spiel und dann auch in VR, aber wir geben uns das Ganze. Erster Link in der Beschreibung, Twitch kommt rein, wir sind jeden Abend live. Die andere Sicht von Umut könnt ihr auch sehen, zweiter Link in der Beschreibung, wir nehmen mit ihm zusammen auf. Jetzt genießt das Video. Ah, der ist... Ah, oh Gott! Oh, was geht? Arte, komm, 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 komm. Also, erst mal Taschenlampe kaufen, ne, normal. Bruder, bitte, guck mal, wenn er, guck mal, Arte, wenn er Taschenlampe kauft, er ist an diesem PC, als ob sein Vater diesem Laden gehört. Geh mal jetzt drauf. Bruder, ich kaufe für uns drei, okay? Mach. Und, bevor wir starten, bevor wir starten, ich muss sagen, ähm, ich habe ein sehr interessantes Modpack gemacht. Modpack? Warte mal, wir spielen nicht normale Lieblingscompany, wir spielen mit Mods. Wir sind im VR, Bruder, natürlich. Nein. Decker, Decker, das war es komplett, Decker. Das war es komplett. Komplett Reno. Also, bevor wir starten, ich sag's euch eins. Wie gesagt, das ist die normale Lieblingscompany. Also, passt auf, was ihr macht, weil ihr könnt jederzeit im Backroom sein. Opa, Gangnam Style. Okay, Jungs. Geh, 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 geh. Geh, 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 geh. Ja, okay. Geh, 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 geh. Ja, wir gehen jetzt. Ja, okay, komm. Er hat Bro kochen lassen. Ja, komm. Umut, Umut. Umut, warte. Ja. Komm mal her. Geh, 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 geh. Geh, 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 geh. Okay. Hä? Geh, 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 geh. Ja, Allah, wir gehen. Ey, seht ihr auch alles so komisch, Digga? Ja, ja, aber weil wir draußen sind. Weil wir draußen sind. Bei mir ist alles vernebelt, Digga. What the fuck? Ja, bei mir auch. Bei mir auch. Unsere Sachen kommen jetzt. Komm her. Wow. Es ist vernebelt. Die Sonne. Ach, scheiße. Da ist die Sonne. Die Sonne scheint. Ich bin von Demon Slayer. Ich werde die Sonne bezwingen. Akaza. Akaza. Okay. Okay, wo ist unser Paket am Anruhen? Warte, unser Paket. Das kommt gleich mit Rakete hierher. Die heil. Am Amazon Prime. Aha, da. Geh, 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 geh. Wie nehme ich das? Aha, ich habe... Okay, Björk, 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 Björk. Hallo, alle tanzen. Seht ihr meinen Tanz, Jungs? Guck mal. Ja, ja. Ja, okay, okay. Hadi, yalla, wir gehen rein. Yalla, 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 habibi. Asma, asma, asma. Asma, hama, hama. Asma, hama, hama. Yalla. Asma, hama, hama. Jungs, guck mal. In VR wird das komplett anders, Digi, okay? Okay. Yalla, lass rein. Bismillah. Oh mein Gott. Okay, komm. Okay, Jungs, komm mit, komm mit, komm mit, okay? Okay, ich muss euch folgen, Jungs. Ich habe kein Dings. Genau, genau. Geh, geh, geh. Wir gehen runter. Okay. Oh, passt auf. Alter, mir ist jetzt schon schwindelig, Mann. Amonau, warte mal. Ja, chill, Bruder, chill. Allah, das Ding ist, ich hoffe, hier ist keine Spinne, Bruder, weil in VR habe ich gar keinen Bock auf so einen Film. Komm mit, Jungs. Äh, Mine, Jungs, Mine. Ja, ja, aufpassen. Wo ist was? Mine, pass auf, pass auf. Geh doch mal, Mine. Schlüssel. Schlüssel, warte. Ja, ja, warte, chill, aufpassen. Ich hab. Okay, okay, aufpassen, aufpassen, aufpassen. Alter, warum gehst du alleine? Komm mit, komm mit, komm mit. Hier unten, hier runter. Ah, mach mal richtig einen Stick nach unten, Mach mal richtig einen Stick nach unten, Mercurier, und wieder hoch. Was? Da kannst du, mach mal richtig einen Stick nach unten, wieder hoch, da kannst du im Inventar wechseln, vielleicht geht's da. Geht nicht. Da ist noch eine Mine, passt auf, Jungs. Wo ist Mine? Ey, bitte, Jungs, passt auf. Red mal nicht so viel, wo müssen wir lang hier? Ich weiß nicht, lass Mine aufpassen. Boah, hier, pass auf, hier nicht. To, 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 weg, 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 weg. Hier auch nicht, hier unten, verpassen. Von hier sind wir, ah, hier links, hier links, da. Hier, 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 Schlüssel. Okay, warte, ja, nimm. Jiga, Mine aufpassen. Boah, pass auf. Oh mein Gott, ich bin fast draufgetreten. Ach du Scheiße, passt bitte auf. Wir sind wieder am Anfang, hä? Hier. Was war das, was war das, was war das? Was, 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 was? Was los, Jungs? Macht mir keine Angst, Jiga, ich schwöre, ich raste aus. Komm mit. Ah, 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 ah. Habt ihr Angst jetzt davor, oder was? Bruder, das ist im VR, das ist eine andere Liga. Schöne mal dein Air. Wo seid ihr hin? Nein, meine Taschen am Bild raus. Ach du, Miene, wie? Ey, 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 aufpassen. Ich bin noch nicht dumm, Bruder, chill. Meine Taschen am Bild raus. Bruder, ich gehe da nicht hin. Gib mir deine Taschen ab, du kannst ähnlich benutzen. Was war das? Er hat die Tür aufgemacht. Da auf Boden. Okay, Jungs, ähm. Wohin gehen wir? Oh mein Gott, Bruder, das sieht echt nicht lecker aus hier, laden. Das sieht ihr hin aus. Ich hab vorhin gesagt, lass da lang gehen, ihr seid mir nicht hinterher gekommen. Ich weiß, wo... Okay, Jungs, komm. Ich weiß, wo wir lang müssen, kommt. Wo müssen wir lang müssen? Da waren zwei Monstern, Digga, da waren zwei Monstern. Denkst du, ich gehe da durch, oder was? Passt auf. Zwei Monster sollen nicht rein müssen. Nicht hier, nicht hier. Ja, lang, Digga, du weißt, wo wir lang müssen. Bruder, ich wusste es vorhin, aber dann seid ihr woanders lang gegangen, dann wusste ich es nicht mehr. Ja, Papa, komm. Ey, doch. Bruder, was war das? Ey, hier ist eine Tür aufgegangen. Ja, ich hab das auch gehört. Hier, 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 hier. Da links kann man lang. Okay, ähm. Hier, Jungs, schaut, schaut, hier, hier, hier. Ich sehe nicht so viel, ihr müsst vor mich gehen. Okay, hier, sagt Gas. Ja, Tod, Tod, Tod. Andere Seite, da ist eine Tür noch, da ist noch eine Tür, kommt mit. Oh mein Gott, Bro. Okay. Arda, mach Licht an. Ich hab, ich hab, ich hab keinen Akku mehr. Wie? Alle haben keinen Akku. Komm mit, kommt mit, kommt mit, ich hab doch Akku, Bruder. Oh mein Gott. Wow. Hier, Bruder. Ah, Loot, 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 Loot. Nimm, Loot, 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 Loot. Wow. Ich hab auch was. Okay, Jungs, ich hab keinen Loot mehr. Ähm, also ich kann nicht mehr nehmen. Jemand muss das hier auch hier nehmen. Hier, hier, hier. Nimm du. Ich hab zwei Schrauben. Oh, hier ist auch noch was, Jungs. Ich hab keinen Platz. Unten ist auch noch eine Schraube. Okay, okay, wir müssen. Sollen wir schon mal das Schreddern gehen, was wir haben? Nein, warte, warte, warte. Wir gehen zum Schiff. Komm mit. Wir tun das kurz ins Schiff, okay? Nein, dann gehen wir, Bruder. Das war's. Okay, komm. Wie geht dann gehen wir? Wohin gehen wir denn? Ja, normal. Ja, Bruder, wir gehen und dann kommen wir zurück. Okay, komm, komm. Lass das safe schon mal, Bruder. Alter, ich muss jetzt... Schau mal, es ist schon Nacht geworden. Asche, lass mal unsere Taschenlampe dann aufladen gehen, Bro. Ich muss einfach jetzt schon fast kotzen, Digga. Okay, passt auf, passt auf. Wenn die Hünde kommen, redet nicht und bewegt euch langsam. Wenn die Hünde, Bruder, ja. Ja, Hünde, Hünde. Ja, sei mal leise. Ich renne einfach durch. Wieso kann ich nicht hoch wieder als Einziger? Wartet. Mach auf. Hallo. So. Jungs, ich hab den Schrank. Ey, bitte, bitte. Wie kann ich das da reinmachen? Darko, nimm deine Taschenlampe, bitte. Meine, das geht doch eh nicht bei mir. Ey, Bruder, wir gehen. Scheiß drauf. Boah, Chad. Ihr wisst nicht, wie beschwindelig geworden ist, lang. W ist in der Schatz. Anita, das ist wo mir. Bitte, Max, Wayne. Two days left. Okay, let's go. Yallah, yallah. Okay, 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 okay. Okay, Jungs. Wieder rein. Schnell rein. Schnell raus. Ohne viele Filme. Mach Platz, Morok. Digga, was macht ihr da hinten? Digga, das ist nicht so einfach, wie du denkst. Wir sagen Bismillah. Gib Handshake. Wir gehen rein. Hallo, Digga. Komm, wir machen diese Dings. Arda. Komm. Digga, bist du dumm? Warte, was machen. Ich will auch. Scheiß mal auf dich. Geh mal weiter. Was für Kuchen, der Becker hat gerufen. Okay, die wollen mit mir nicht spielen, dann spiele ich alleine. Oha, wie bist du gerade gerannt? Arda, Arda, guck mal, wie ich renne jetzt. Arda, guck jetzt, wie ich renne. Mach doch mal. Guck, geht, guck, geht. Warte, warte, warte. Guck mal, jetzt. Okay, komm. Okay, Jungs, Hadiyallah, wir gehen von hier erstmal hoch. Gut. Ah, engine, 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 hier, wo du das nehmen kannst. Tu das direkt mal runterbringen. Hier ist Feuereignis, aber, 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 ich hab ein Mod installiert, es gibt zwei Feuereignis, hör zu. Boah, du bist krass. Aber eine Feuereignis ist eigentlich ein Monster, wer frisst dich, wenn du das aufmachst? Du bist doppelt krass. Sag doch nicht, er sollst du schrecken. Zwei Stück jetzt schon. Oha. Sag mal, hier ist Gott. Wo seid ihr? Hier, hier, hier. Yalla, hier, hier, hier. Arda, komm. Er soll alleine bleiben, reicht. Ey, tot, Digga, wir müssen dahin. Ich halte mich hier fest, Bruder, das ist schon schwer. Ich hab Höhenangst. Lachen, warte, warte, warte. Ach so. Ah, okay, verstehe. Ah. 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 Ah, ich flieg einfach raus mit dem Spiel. Ah, stark. Eine Ewigkeit später. Oha, Lamm. Was ist das Giftbox? Was ist das? Gib mal Taschenlampe, ich kann dich aufheben. Gib mal mir. Es geht immer noch nicht bei mir. Es geht immer noch nicht. Okay, kommt. Okay, Jungs, bitte, 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 lass uns das nicht. Oh, 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 Treibsand, Treibsand, Treibsand. Oh mein Gott. Das war Treibsand. Langsam laufen. Langsam laufen. Rennt doch nicht. Was rennt der, Digga? Ey, morgens, der rennt einfach. Ich hab jetzt nicht mal hochzukommen. Oh, 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 oh. Ja, ich komm wieder nicht hoch als einziger. Ey, bei mir ist alles am Arsch, Digga. Ich komm nicht mal hier hoch. Jetzt, 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 jetzt. Ich hab's nur nicht hinbekommen. Komm. Komm doch her, Sir. Geh, geh, geh. Guck mal, wie der kommt. Rrrrrrr. Ich bin ein Zombie. Ah, selam aleikum. Okay, Jungs. Aleyküm selam. Meine... Ah, da, 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 da. Nimm direkt, bring drauf. Saygılar olsun. Saygılar olsun. Ja, sizin amınıza koyim, men, ya. Amını abeyim, komm an. Ja, bring doch selber raus, ya Wister. Alter, es ist dunkel hier. Dunkelheit. Oh, Jungs, ich hab... Oh, Jungs. Hilf mir. Oh, mein Gott. Ich bin in den Backrooms. Ich bin in den Backrooms, Chat. Ne, Alaka, wie bin ich hierher gekommen? Chat, wie bin ich in die Backrooms gekommen? Alter. Umut, ich f*** deine Mods, Umut, was du runtergeladen hast. Da ist Licht, wartet. Über alles Licht. Oh, nein. Was passiert hier? Was passiert hier? Aha. Was ist das? Aia! 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 Wir sind tot, Chat. Alter, ich war auf einmal in den Backrooms, Digga. Guck mal den Schwarz an. Ey, ich mach jetzt Autopilot. So schlecht, Digga. Bruder, Arda, was machst du? Ey, Umut, ich war einfach in den Backrooms. Wallah? Ja. Bruder, auf mein Gesicht ist irgend so ein Fisch gesprungen, auf einmal ich war in den Backrooms. Hä? Ey, Berg, hast du gesehen, ich bin der Tür gepresst worden. Ja. Digga, der hat so eine Fake-Tür aufgemacht, der wurde gepresst und auch meine Presse. Digga, irgendeiner hat auch einfach, wie du, geredet, ne? Ja? Ah, ich hab deine Stimme gehört? Aber obwohl du in dem Moment geschrien hast, hab ich noch zu dich normal reden gehört. Bruder, was passiert hier? Alles ist weg, wir haben reingeschissen, Jungs. Warte, ich nehm andere Outfit. Du wirst mir sagen, du warst einfach im Backrooms, oder? Ich bin Schooltrooper jetzt. Okay, weiter, komm. Das ist Geiltrooper, Mann. Okay, komm, 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 komm. geh 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 Machst du auf diese Tür nix Halbe Hähnchen Was aber wo können wir hier sonst lang Ist das dein Ernst Doch ich finde einen Weg Hier rumschrauben Ihr müsst klopfen Ihr müsst gucken wo es hohl ist Also meine Berechnungen zufolge Macht keinen Sinn Halt mir deine Frisse Digga Ich krieg deine Mods Was sind das für Mods Digga Ich wollte nicht in die Backrooms Er tut so als ob ich reichern wollte Niemand will in die Backrooms Aber man spawnt da einfach Lass mal jetzt die Wildmap nehmen Die Sky Das sind die riesigen Monster Das sind die totalen Monster Das ist der Erzeuger Ja Jungs Bitte wir haben nicht mal 5 Cent in der Tasche Bitte chillt eure Eier Wir sind jetzt tot Was passiert Oh nein Oh nein Oh nein Oh nein Oh nein Ich f*** dieses Spiel, Digga. You are fired. Warum ist das jetzt passiert? Natürlich, wir haben kein Geld gehabt. Slay girl. Slay girl. Slay girl. Like, to be honest, girl. I don't know what you're talking about. Like, to be honest, girl. He is a... He is a fucking cat, man. Hey, he is a small dick, man. Small dick energy, bro. Small dick energy, Slay, bro. Small dick energy, girl. Let's call to Starbucks girl. Starbucks girl. Can you say Istanbul... Istanbul Starbucks? Anna, Anna, I want to move to Istanbul. It's a huge power. I want you to get to Sofia. Ich brauche dir die dennis. Äh, Ähmä戰, ähmä戰... Ähmä戰, 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 ähmä戰. Hör uns nicht ganz klein... ja wegen wen war das jetzt hier wohl so ich kann es doch wieder nehmen wenn alle da mal weg gehen würde aber immer weg ein drümpelungswürmer oha lan wo sind wir ich kann doch eh nicht benutzen wie kommen wir hier rein guck mal bro scheiß dich in die hose er fährt bro von graduate school gradation lassen dann brawitz nicht in der hut aus der hut schaffen und halt dein talent versteckt wir müssen wir müssen woanders lang hier lang ich habe keine ahnung wo wir sind ja ich bin 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 nicht mehr es reicht ich bin nicht mehr ich bin nicht mehr halt deine fresse ich bin nicht mehr. Der würde auseinander genommen, gut deutsch, ja wo ist das? Digger, was macht ihr Digger? Guck mal den Schwanz muss er an, der versteht doch eh nicht wie das Spiel funktioniert. Wer hat Bro kochen lassen, Digger? Jungs, wir sind die schlechteste Liefer-Company-Truppe, die ich je gesehen habe. Was kann ich dafür? Was habe ich dafür gemacht? Das habe ich dafür gemacht. Bismillah. Bismillah. Okay, woher gehen wir? Keine Ahnung. Geradeaus. Arda, lauf mal so, schau mal Arda. Hier unten aufpassen, 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 aufpassen. Lass mich mal machen. Nein Jungs, wenn ihr da runter geht, kommt ihr nicht mehr hoch. Ja krank, Digger, wohin gehen wir? Arda, Arda, lauf mal so, als ob du dir in die Hose scheißt. Ey Jungs, guck mal hier, hallo, hallo, hallo. Ich mach Moonwalk. Okay, komm. Äh, Digger, jawoll, wir haben nicht. Ah, hier, hier, hier. Okay Jungs, bitte eine Sache, wenn wir jetzt da reingehen, keine Scheiße machen. Und diesmal bin ich nicht der Erste, der durch die Tür geht. Keinen Bock wieder zu sterben. Okay, alles gut. Hey Jungs, Bismillah. Bismillah, Rahman, Rahim. So. Alles sieht clean aus, aufpassen. Ey, ey. Da oben, Jungs, da oben. Nein, 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 der rennt von dir weg, der macht nichts. Der Peach. Wow. Spiegel. Ich hab Spieglein, Spieglein. Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist der Hübscheste aus dem ganzen Land? Boah. Das ist einfach Detektiv-Arschviegel. Bier, Jungs, Bier, Bier. Detektiv-Arschviegel. Detektiv-Arschviegel. Okay, komm. Ich breche kurz alles raus. Jungs, wir dürfen nicht zu viel Zeit verschwenden. Okay, wieder rein, wieder rein. Mach schnell. Das ist Mine, passt auf. Hier ist Mine, hier ist nichts. Denkst du, ich seh was? Digga, hier ist Loot. Ey, hier ist ein Peach. Ich seh seine Augen nur, der ist grad weggerannt. Ey, warte um. Der ist da reingerannt. Warte. Hallo, warum gehst du da rein, hallo? Ich schwör's euch. Hier ist Mine, der war hier irgendwo, ich schwör's euch. Der rennt weg von uns, glaub ich. Ey, bitte, Jungs, bitte. Hier sind überall Minen. Hier, Jungs, komm mal runter. Andere Seite. Warte, 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 warte. War der da? Da, 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 siehst du? Er macht nichts, der rennt weg, der rennt weg, der macht nichts. Komm, hör an, komm, hör an. Ich mach Halal aus dir. Nein, 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 nein. Geh nicht, geh nicht. Oh, nur wenn du voll in dein Leben bist, greift er dich an. Der ist hier, Arda, komm. Bruder, lass ihn doch in Ruhe, äh, als Mine. Oh nein, Digga, break ins Tür, Digga. Jungs, wo seid ihr? Hier. Hä? Ah. Hä? Ey, Digga, Wallah. Ich hab Schlüssel. Ja, okay, cool, steck's in deinen Arsch rein. Steck's in meinen Arsch? Ja, wo ist das? Mine, pass auf. Hä, ich schaff nicht, Digga, wo wir hier lang müssen. Keine Ahnung, Bruder. Ich hör was. Ich hör was. Ja, Bruder, was soll ich denn machen? Ich seh doch nicht mal was. Ich seh doch nicht mal was. Alles wegen Umut. Wo ist denn die Pistole, die wir uns kaufen können? Wir können, wir können Shotgun kaufen für 300 Geld. Lass uns Funkgeräte holen. Funkgeräte, das ist eine gute Idee. Funkgeräte? Ja, Mann, stimmt. Wir haben 3 Dollar. Wir haben 3 Dollar. Ich hab's umgedreht. Ist besser, glaub ich. Okay, wir müssen wieder erst runter, oder? Geh, 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 geh. Ja, Rentner versucht dazuzugehören. Ja, der versucht dazuzugehören. Merkst du? Weißt du, was der ist? Der guckt sich 2016 Fail Army Reaction an. Ja, der ist noch diese Damn Daniel Zeit. Der ist doch Angry Grandpa Team. Angry Grandpa Team. Angry Grandpa Team. Boah, Angry... Angry Grandpa ist Legende. Angry Grandpa Team. Angry Grandpa Team. Ich schrei, ich schrei in den Dissrat, weil ich nicht benutze. Irgendwas passiert da. Oh Mut. Oh Mut, wo bist du? Oh Mut. Wo ist der Digga? Hier ist irgendwas. Boah. Ich bin Elektriker, warte. Ich war beim Metallbau. Oh, guck mal. Guck mal. Kannst du das benutzen? Boah. Ah, dann ist die Team. Ich spiel nicht mehr lang. Ich spiel nicht mehr lang. Ich spiel nicht mehr lang. Ich spiel nicht mehr. Reicht. Ich mach aus. Guck mal was er macht. Was macht der Digga? Was macht der Digga? Warum konnt ich das nicht machen? Mein Spiel bug, Digga. Ich kann nicht mehr was machen. Sehr stark. Spielt ohne mich weiter, Jungs. Geil. VR Brille hab ich auch kaputt gemacht. Stark.